Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Infinity Twin. Heute wieder mit dabei Fonzi. Und natürlich Devi. Gut, unseren Lohnstaub haben wir, aber jetzt fehlt der Schwefel. Fulverdressiert doch einfach Kohle. Genau. Die da auch, komm. So, warte mal, irgendwo haben wir sicher noch was rumkugeln. Da, ein Schwefel. In der oberen Truhe. Ja, ein Schwefel, ich brauch viel mehr Schwefel. Ja, das hast du nicht gesagt, du hast Schwefel gesagt. Ich brauch nämlich Schwarzpulver. So, einmal haben wir mal einen Mehlcontroller, der schön ist. Aus vier Schwefelwolken kriegst du ein Schwefel raus. Du brauchst, wenn du das mit dem Natura-Schwefel machst, brauchst du für, ähm, fällt mir jetzt an, nein, fällt mir nicht an, ein Schwarzwulver, vier Schwefel. Das heißt, du brauchst für ein Schwarzwulver 16 Schwefelwolken. Oh. Viel Erfolg beim Sammeln, Devi. Wenn ich meine Sachen wieder habe, bin ich zurück. Da kann ich einfach gehen. Salpeter, das ist, das ist auch wieder so grenzgnell. Ja, ich brauch, ich brauch Schwarzpulver und Salpeter und krieg aber Salpeter aus Schwarzpulver raus. Ja. Ich könnte natürlich auch einen Sand herstellen und aus Sand, Sandstein machen. Könnte ich dann Schwefel rauspulverisieren. Boah. Ah, Blödsinn, Salpeter rauspulver. Keine Ahnung, was ich da jetzt rede. Wenn du das nur wüsstest, gell? Ja, das ist grad echt. Ups. So, alles so schön ist. Ich meine, jetzt gleich wieder mal ein bisschen Zertusquarz. Ich brauch einen Zertusquarz. Ich brauch einen Zertus. So eine Pilze haben wir gefunden. Kuhle. Ich vergesse, wofür brauchst du die Kohle? Ein Schwefel oder? Bahnhof? Schwefel, aber Kohlepulver sind gleich Schwefel oder wie? Ich gehör dir nicht immer zu, weil ich hab so viel andere Sachen zu machen. Ich mach da grad ein E-Systems an dem bei, also... Ich werd dich dran erinnern, gell? Ja, ich erinnere mich dran. Hat der Kloster und zwei Stück? Ich hab da schon wieder mal in die Kiste rein. Ich hab... Ja, ich hab grad... Ach, da war's nicht drinnen. So... Da rein, da rein. Filmen wir da? Was willst du machen? Ah, Quarzgasfilme, darum geht's nicht. Da. Ich mach grad die Konsole. Ah, ok. Ja. Dafür brauch ich jetzt... Habe ich nichts, das Fahrer. Wieso ist... Ich versiere so langsam. Ich wollte eigentlich... In der Folge noch... Einen Dampfgenerator machen. Ähm... Gut, das geht nicht, aber... Ähm... Ja, ich glaub, das wird nix. Sag ich mal dazu. Was... Was ich in der Zwischenzeit machen kann, ist... Machst du grad Sand? Ja... Wagen... Kann ich... Reinen... 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 Dinge... Reinen... Fluix nicht mehr pulvern? Nein, reinen Fluix nicht mehr. Ja... Ohhhh... Auf ein A. Das heißt, ich brauch eins, zwei davon. Eins, zwei davon. So, ja. Muss mal geladen. Und... Zerdquartz machen. Zerdquartz machen. Schau mal... So, gut. Bioreaktisch, jeder mal. Haben wir schon... Ähm... Gut, von Ender.io haben wir die Itemleitungen noch nicht, weil da fehlen ja die Enderperlen. Nein. So. Ähm... Beibrachte, klar. Haha. Tief. Tief. Ah? Wunderschönen! Plopp! Ähm... Haben wir noch eine Transfernotie? Nö... Musst du dir bauen. Haben wir noch Transferrohere? Wunderschönen! Klopp. Ähmlich pulvern. Das sieht jetzt, dass die Folge schwierig kommt. Wir müssen hier ein paar aufnehmen. Flüssigkeitsleitungen... Alter und Zenotinen aufgebaut. Ich muss das wirklich da drüben machen. Ja Hammer! Ich habe mir schon selber gebaut müssen dazwischen. Schön. Das ist meine Werkbank. Ja, du hast nur die Eisen drinnen. Jaja, aber meine Werkbank, also wegzau. Einmal. So, einmal. Einmal. So. Ich brauche eine Werkbank. Zweimal. Und einmal dich. Ich habe gesagt, die Konsole ist auch fertig. So, das heißt, ich kann theoretisch... Ich sehe mal, wo hinbauen, wo es aktuell Strom gibt. Das möchte ich aber drüben hinbauen. Ja, wir verbrauchen da schon wieder viel zu viel Strom. Ich bin gut. Ja, weil einfach mehr dranhängt, auch bis so. Das heißt... Ich habe da nirgends so vernünftig Stromleitungen. Ich kann da aber beinahe hergehen. Ich kann da aber beinahe hergehen einfach und wegbauen. Und die Wälder... Ich bin gut. Ich bin gut. funktionieren aber es reicht trotzdem strom das system hat mal strom und alles aber hat noch keine festplatte er suche nach einer kapitel bank ist unten im keller drüber du hast du reingehst links ist ein loch ja so weit erledigt dumm halt wenn die kathesterbank keinen strom hat ja dann bringt der pause abbringen sie rüber und hängen sie da mal drüben irgendwie funktioniert die leitung nicht dein chat beginnung nicht ganz klar ob es dann immer so keller ein stück bräuchte von k alles so ewigkeiten bis es findet was was wird ehrlicher antwort nein ich brauche quatsch auch dazu ewigkeiten das findet und dann war hier noch nicht ich nicht ja ich brauche einen diamant hat irgendwie einen diamanten zufällig nein kann ich dir die anrechnung reinschmeißen glaubst geht das weißt du das geht auch nur eine nämlich hier reichern kriegst du zwei stück aus gut jetzt erst da rein und dann noch mal reinschmeißen weil der pulver rauskommt naja kommt jemand perfekt dankeschön es geht nur gerade ich will nicht sterben kannst du sagen noch zu jungen um zu sterben auch einer shit hätte ich gar keinen diamanten braucht haha eine 16k platte kann ich jetzt machen er geht sich doch nicht aus leider da besser als nicht ruhe wir haben ein funktionierendes system wo noch nichts drin ist so ich brauche wieviel schwarzpulver haben wir jetzt insgesamt so wenig wie schaut es jetzt mit strom aber das wird bald eng mit strom ja ich brauche schwarzpulver ich brauche mir noch einen generator für da drüben hilft nichts voll dran vorbei habt jetzt drei folgen zeit gegeben strom zu besorgen wo ist die da ist nein nein noch braucht ich habe noch ein eisengitter braucht und einer das ist jetzt aber drüben aber ab bei ja wurscht sollte egal sein sie ist im hals eigene strom versorgen ist super erst brauchen wir kohle reinschmeißen das funktioniert so wir haben kein eisengitter braucht aber in der truhe schau mal in der truhe drüben nach der truhe nehmen schmelzding auf da was drin ist da waren drei stück dann habe ich rausgehauen ja ok das andere liegt da oben drin darum dass wir jetzt eigentlich naja dann war gut baby wie schaut es bei dir drüben was hast du drüben eisen steck ich komme zu dir rüber danke naja ich brauche bitte bei einer einen kann ich da geben einen habe ich einstecken ja ich brauche pro feuerbüchse brauche ich einen eimer ich weiß wieviel du brauchst da her neun ich nicht Ewi Ewi wollte eigentlich gerade erkunden gehen und hat da glaube ich was gefunden was sie noch nicht finden sollte du darfst finden was du willst wenn du außerhalb bist ja wer aber sinnvoll wenn es einer drauf hat der es auch online steht ok sie macht eh Aufnahme sie braucht uns ja nur sagen wo sie ist ich will jetzt auch nicht schlafen wir brauchen uns ja nur sagen wo sie ist und damit fahre rüber ich meiß grad die ganzen Materialien schon ins ME-System rein gell ok die Untertruhe war ja gerade leer äh also ich hab grad Steinbruch und anscheinend ich glaube die Kohle oder irgendwie die Eisenwiene gefunden hm wir werden uns nachher anschauen zur nächsten Zeit sind wir da jetzt einmal ja also wir sind einmal online mit dem ME-System das ist schon mal viel wert wir haben ein Standbild schön was wo ist er jetzt da ich muss aber dann bauen wir mal ein K mal schauen wir noch eine Festplatte bauen kann weil das wird irgendwie ein Speicherplatz ja du hast da die Eimer her da die drei sechs ich bin mir fehlt noch Stahlplatte zehn elf neun neun brauche ich zwei aj zwei dreimal zwei werden wir jetzt es dabei kleinermachen Enderman ist da in der nähe ich hab ihn Die suche ich auch gerade. Ja, ja, der war gerade erst hinterm Haus irgendwo. Ich hab keinen Strom da herum, okay. Hm. Ich bin nicht klar. Hm. Ich weiß, ich brauch davon aber nur vier. Da ist ein, dann brauchen... Ernsthaft? Verzweifeln? Ich bin schon. Sorry. Ah. Na, unten mit dir, komm. Perfekt. Hier. Jawohl. Ich kann auch eine 16K bauen. Schön. Dann komm. Zurück. Ich flitze nur drei hoch. Oh. Vielleicht ist es, was du da unten alles machst. Das ist wirklich. Ich weiß nur eins. Bei mir ist es eben läuft. Zwei Festplatten sind drin. Läuft, sag ich mal dazu. Ich bezweifle wohl, dass zwei 16K auf Dauer reichen werden. Das auf jeden Fall, aber für den Anfang reicht's auf jeden Fall. Ich... Das ist auch wieder wahr. Huch? Hä? Ich bin doch, wenn man die Sesseln entgegen... Okay. Ah, da läuft wer. Merkt, wo das liegt. Da läuft wer durch die Gegend. Ich leg nichts in den Bioreaktor rein. Dann kommen sie sofort zurück. So. Das funktioniert jetzt einmal. Ich kriege zumindest meinen Bioreaktor zum Laufen. Puff. Puff. Der frisst aber ordentlich. Material oder am Strom? Der braucht keinen Strom. Der frisst Material. Notfalls muss ich halt mit Kohle anfeuern. Wir brauchen jetzt noch Flüssigkeitsleitung. Ich hab' ich sogar schon, Obingo. Echt? Ja. Weil wir schon... Wie oft das genug sind, was du brauchst. Sechs Stück müssen es sein. Ihhh, das ist zu wenig. Noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, danach kriegt man raus mit einmal machen. Weil die anderen zwei sind da herummontiert noch. Okay. Lass mal die sechs Stück hinter dir. Auf deiner Treppe. Okay. Mach da schnell noch die anderen. Ich hab hier alles da. Und ich hab uns nicht mehr raus. Super. Ja. Deaktiviert. Ja. schnell wasser ich brauche eine batterie nicht die pumpe an zu starten das fliegt uns der kessel nach um die ohren ja man macht einmal andersrum zuerst die flüssigkeit und dann nicht ist leer die batterie gebraucht auf der 100.000 111 reichen ja 100.000 von 100.000 würden schon mal reichen um die pumpe anzuschmeißen gut es steht fast alles es fehlt jetzt nur noch ansonsten müssen wir noch verkabeln und wir produzieren strom da geht aber kein wasser rein wisst ihr was ganz nett wäre wenn ihr mal gerade bitte einer von euch schlafen gehen würde fliegt schon lang dankeschön macht gleich puff weil kein wasser reingeht auf ihn sehr schnell überlacht im normalfall nicht habe ich auch noch nicht gesehen jetzt muss es rein jetzt ja jetzt 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 das ist mir neu normalerweise sind diese komischen spawner mit den truhen unten drunter ja immer verbuddelt man steht da neben dem baum also es passiert nichts mehr weil da nichts mehr reingeht genau das ist gerade unser problem gut wie gesagt wir kümmern uns darum dass das ganze in der nächsten folie funktioniert ansonsten hoffe ich dass es euch gefallen hat wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss tschüss dann tschüss